Das Parkhotel Igels ist weltweit bekannt als Pionier der modernen Maya-Medizin und hat sich unter dem Motto Gesundheit im Zentrum auf ganzheitliche Regenerations- und Präventivmedizin spezialisiert. Unser traditionsreiches Haus bietet Ihnen private Rückzugsmöglichkeiten und ein innovatives Konzept für eine medizinisch begleitete Auszeit. Ernährung, Bewegung und Regeneration auf Basis der modernen Maya-Medizin sind die Säulen eines gemeinsamen Ziels. Das Erreichen und Erhalten einer umfassenden körperlichen, seelischen und geistigen Gesundheit. Das in den Hügeln über der Olympiastadt Innsbruck gelegene Parkhotel Igels hat eine lange, traditionsreiche Geschichte. Schon zu Zeiten von Kaiser Franz Josef war Igels ein Luftkurort und das Parkhotel Igels ein überaus angesehenes Sanatorium. 2009 wurde das Gesundheitszentrum großzügig umgebaut und erweitert und ist heute ein Refugium der Behaglichkeit. Im Parkhotel Igels widmen wir Ihnen und Ihre Gesundheit viel Raum und Zeit. Unser Haus verfügt über eine hervorragende medizinische Ausstattung, einen modernen Spa mit Hallenbad, Massagelegen und Saunalandschaft, ein Kosmetikstudio, großzügige Fitness- und Bewegungsräume, lichtdurchflutete Aufenthaltsbereiche und einen weitläufigen Park mit Linden, Birken und Fichten. Eine wichtige Grundlage für unsere Gesundheit ist auch eine intakte Natur. Die Kulisse der Tiroler Berge rundherum und der weite Blick in eine grandiose Naturlandschaft lassen Stress und Hektik schnell vergessen. Bei der Erweiterung legte der Architekt großen Wert auf eine nachhaltige Bauweise. Wärmerückgewinnungsanlagen und eine moderne Solaranlage versorgen das Parkhotel und seine Gäste mit eigener Energie. Franz Xaver Meier war ein österreichischer Arzt und er lebte bis 1965. Der menschliche Darm steht im Mittelpunkt seiner Lehre. Nur ein gesunder Darm macht uns fit, glücklich und schön. Im Parkhotel Igels arbeitet ein Team von Fachärzten an der stetigen Weiterentwicklung der modernen Maya-Medizin. Ein wichtiger Partner ist dabei die Universitätsklinik Innsbruck. In persönlichen Gesprächen und Untersuchungen beurteilen Ärzte den Gesundheitszustand unserer Gäste. Im Parkhotel Igels steht neben der Behandlung zahlreicher Erkrankungen, deren Vorbeugung, die Prävention im Zentrum. Und die moderne Maya-Medizin zeigt dabei ganz herausragende Erfolge bei Magen-Darm-Problemen, bei Herz-Kreislauf- und Atemwegsstörungen, bei Beschwerden von Seiten des Bewegungs- und Stützapparates, bei Allergien und bei Burnout. Immer ausgehend von einer Schulung der richtigen Ernährungsweise und einer Sanierung des Magen-Darm-Traktes. Die Bauchbehandlung stellt einen ganz, ganz zentralen Teil jeder Maya-Kur dar. Bei der Bauchbehandlung fördert man die Peristaltik des Magen-Darm-Traktes. Es ist auch im ganz Wesentlichen natürlich ein Atemtraining. In den großzügigen und modern umgestalteten Räumen setzen Ärzte und Betreuer auf ganzheitliche Medizin. Viele Leute kommen zu uns mit Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule, im Bereich des Rückens, Halswirbelsäule und so weiter. Und im Rahmen dieses Beschwerdekomplexes kann man mit der Neuraltherapie sehr gute Erfolge erzielen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der vergangenen Jahre zeigen, dass gesunde Ernährung, regelmäßige Entgiftung und Entschlackung, das heißt Detoxifikation, ein wichtiger Faktor für die Aufrechterhaltung der Gesundheit und die Krankheitsvorbeugung sind. Das Parkhotel Eagles bietet mit seinem intensiv-dietetischen Programm die besten Voraussetzungen für die Detoxifikation auf Gourmet-Niveau. Moderne Diätetik hat nichts mit Hunger zu tun. Die moderne Maya Cuisine ist viel mehr als Milch und Semmel. Die moderne Maya Cuisine überrascht mit Speisen auf hohem kulinarischem Niveau. Modifiziertes Fasten heißt nicht hungern, sondern bewusstes Verzichten. Die Ernährung im Parkhotel Eagles basiert auf genussvoller Intensiv-Dietetik und wird mit biologischen Nahrungsmitteln aus den Tiroler Alpen zubereitet. Meine Freunde und Bekannten fragen immer, Markus, die Milch, Semmel, Fastenkur, also die wirkt für uns nicht unbedingt einladend. Die Milch, Semmel, Fastenkur ist bei uns auch nicht alles. Dem Ganzen können wir mit frischen, wertvollen Produkten aus der Region, frischen Kräutern, frischen Gewürzen entgegenwirken. Und da heißt es nur mehr Fasten ist Genuss. Bewegung ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Maya-Medizin. Individuell angepasste Sport- sowie Bewegungstherapien während der Kur intensivieren den Stoffwechsel und die Entgiftung und helfen mit, übermäßige Depots zu verlieren und ein positives Körpergefühl aufzubauen. Von Franz Xaver Mayer haben wir gelernt, das Kauen zu trainieren und damit unsere Vorverdauung zu verbessern. Von unseren Bewegungstherapeutinnen und Therapeuten lernen sie, ihren Körper zu trainieren und damit dem Muskelschwund und dem Bewegungsmangel unserer Zeit entgegenzuwirken. Das Bewegungskonzept des Parkhotel Eagles setzt auf fünf Pfeiler. Auf Muskelaufbau, auf Herz-, Kreislauf- und Stoffwechsel, auf Sensormotorik, im Besonderen durch Kibun. Beweglichkeit und Entspannung. Gesundheit und Schönheit gehören zueinander. Individuelle Schönheit und Wohlbefinden sind das Spiegelbild eines gesunden Organismus. Entspannen, Wohlfühlen, Gewicht reduzieren und entgiften und das in einer angenehmen Atmosphäre. Regeneration beginnt mit einem guten Schlaf. Alle Zimmer verfügen über eine hochwertige Ausstattung und einen Balkon mit Aussicht auf das Tiroler Alpenpanorama. Tägliches Kneipen mit Bein-, Arm- oder Sitzwechselbädern ist ein fixer Bestandteil während des Aufenthalts. Eine Vielfalt von physiotherapeutischen Anwendungen sowie ein reichhaltiges Angebot an Behandlungen, entschlackendem Schwitzen und heilender Wärme stehen ebenso zur Verfügung wie das Kosmetikstudio im Haus. Hier finden Sie effiziente Hilfestellungen zur Optimierung der Figur, zur Verschönerung der Haut und zur Aktivierung des körpereigenen Energieprogramms. Genießen Sie die Symbiose aus höchster medizinischer Kompetenz, genussvoller Diätetik und stimmungsvoller familiärer Atmosphäre im Park Hotel Igles. Untertitelung des ZDF, 2020